ja hallo leute und herzlich willkommen hier zu einem zu dem ersten video von einem neuen kleinen serie mit jason zusammen hallo und wir werden ja das ist heute mein erstes video und ich hoffe es gefällt euch wir sind hier heute zusammen auf dem hypixel server genau und wie die meisten wahrscheinlich auch schon erkannt dass man sieht es genau da also die winter version und einfach den kanal von jason mit dem auch gar nichts abgenommen bis jetzt steht auch unten in der beschreibung ebenfalls bei mir so was natürlich steht was genau das habe ich gesagt und wir sind bei dem gleichen team wir haben schon eine kleine taktik wie wir hier gewinnen können wir haben uns vorbereitet und haben schon ein zwei runden gespielt genau und hoffentlich überleben wir ein bisschen mehr als 15 minuten genau und in fünf sekunden beginnt es 3 2 1 du gehst direkt in das haus zuerst mal du musst ich hole essen du holz ja also ihr seht ihr wir werden gerade gespawnt mit ein paar team mitspielern ich hole einfach ein das ist ein spielfeld mit vier teams und wir haben jetzt meistens hier hier spiele teams und ja noch 15 minuten es gibt ja ein countdown dann wir werden vier wände also werden die wände hier auf den zeiten die man gerade sieht da hinten um den baum die werden verschwinden und damit gibt es noch ein paar bessere sachen und hier baue ich gerade das neue an weil meistens in 15 minuten sind wiedergewachsen genau das essen das vorher gerade abgeerntet habe das ist auch das wichtigste ich hole hier schon holz für uns ich weiß nämlich genau das habe ich mal beim ersten spielen habe ich das entdeckt hier gibt es unter dem schnee eisen ich habe so eisen gesucht und dann habe ich gemerkt dass hier ja eigentlich unter dem stehen dort wo wir uns vereinbart haben ich muss mir kurz eine holzspitzahl gemacht weil das geht ja nicht mehr kurz hier oben hat das glaube ich habe dort nur drei steine holt die raffner holz stein da wo bist du ich habe sie dir hier hingelegt die holzspitzhacke ok so wir haben jetzt also ich hatte probleme mit weinkraften deshalb musste ich das da benutzt die haben wir gerade unsere kraftinbox also ihr seht ihr es mit uns im team ja und da liegt immer noch eine holzspitz und da gibt es noch mehr eisen wir werden jetzt hier einfach versuchen eine tolle hast du mir einen stein nein ich habe jetzt ja hier gerade noch vorher das eisen abgedacht und hinten ist der andere gib mir ein bisschen kommst du nicht was gb2 gib mir ein kommst du nicht ich habe keinen doch was wir bauen der eine wirft dir extrem viel zeug zu ich habe das alles wirklich durch zufall entdeckt also ich weiß dass hier eine kleine hülle und hier eine kiste mit tnt nochmal das glas ist eigentlich unmöglich aber ich bin gerade in die kiste gefahren geh mal weg und unter der kiste gibt es auch die kohle das weiß ich also wir sind ja eigentlich ganz gut vorbereitet und gehst du schon mal auf eisen suchen oder so ja ich bin schon ich mache es jetzt eben so ich mache mir kurz einen ofen um mir ein schwer zu machen da können wir nämlich die fäden weg machen okay ach ich habe natürlich nicht genug stein den ofen wow nur noch die zeit geht so schnell vorbei hm so ein ofen ja ich hatte die helikopter auf tüchtern das ist dann natürlich blöd ja ich habe sie zum besuchten schon gewundert ok 2 eisen ich habe jetzt schon ein schwert dann gleich und 12 eisenerz also das wirklich gut zum starten bist du hier schon runter gegangen bist du das ja gut ja das ist fertig oder eins haben wir und das ist auch gleich fertig so dann machst du mir auch gleich ein stück ein schwert nein das mache ich dir nachher wenn wir mehr eisen haben ich mache es jetzt nur damit wir hier die spinnenfägen gleich weg machen können kommst du auch gleich den gang hin oder äh nein komm den anderen gang ähm komm mir nachher hinterher ich weiß ja genau was noch hier gut eisen hat und so ok also ich mache jetzt weil hier bekommen wir auch gerade von den spinnenfägen ähm da kommen wir um den starten falls wir irgendwie noch pfeile für ihn wenn wir uns hier einen bogen machen mit diesen sachen ja ich schau mal hier ich habe sie ja hübschen hier gerade in der Gegend hier gibt es einen kleinen see der ist genau in der mitte von dieses berg hier gibt es noch mehr eisen also kommst du am besten zu mir hier gibt es auch noch kohle wir müssen einfach schauen dass wir genau für uns beide eisen haben eine eisenspitzhacke brauchen wir hier nicht wir können hier eine machen falls wir genügend äh äh dann hier gab ich mich weiter da machen wir unsere kleine ace mit all den öfen ja ich mache hey du hast die Fackel wecken ich habe sie gesehen oh ja gab dich nach unten äh ich mache einen hier neben mir ich weiß genau dass es hier eisen gibt weil das habe ich alles schon mal gefunden so dann haben wir hier eigentlich ich glaube für eine lösung reicht das schon ähm mach du hier unsere base und ich habe mich hier nochmal doch ich weiss das da noch mehr ok hast du eine workbench dabei ja ok gibs mir ich mache hier oben zu weil es leider sehr viele die klauen das zeug aus dem ja das problem ist eben nochmal dass es solche spielverwerber gibt im team die ähm versuchen daran das eisen von von den spielern des eigenen teams äh aus den öfen zu klauen und sich dann für sich selber eine rüstung zu machen und dann die anderen nichts mehr ey du musst mir noch dein eisen geben ach ja gleich hier gibt es noch etwas auch die kröle ok da gibt es noch mehr ja ähm ja ich gehe schon mal nach oben wieder was ist denn da ok ich fülle den ofen mal ich mache noch mehr öfen ok ich gehe mal weiter so vier öfen genügend eigentlich meistens ja das sollte schön reichen wie viel eisen machst du äh 31 das ist super 31 ja ich teile das vier auf für eine rüstung brauchen du solltest schon noch ein wenig ich glaube 23 eisen du solltest schon noch ein wenig ja ja such noch ein wenig wir teilen das hier natürlich auch ganz gut auf ja letzte runde hatten wir mehr als genug eisen aber dann leider haben uns andere aus dem team eisen gestohlen ja das ist doch ja das ist doch nicht ich habe neun weizen und einen keks ok ich habe 36 ok das ist genau und einen kuchen kennst du diese funktion dass man das gleich aufteilt ja ähm ich glaube ich mache mir einfach mal einen bogen weil wir gerade sowieso machen müssen möchtest ihr auch einen machen ok ja ach das ist ok ich mache schon mal eisen ich habe schon ein schwert ok und macht ihr noch keine eisen spitze aus wenn wir genügend haben soll ich noch weiter suchen ich habe noch und ok 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 ich mache nochmal stifeln für mich reicht es ok hast du gerade noch ein bisschen eisen äh nein ich habe noch ein wenig angelegt ich grabe mich hier noch weiter also kann ja gut sein dass es hier noch mehr zu finden gibt so gut kenne ich die mac dann auch wieder nicht dass ich weiß wo genau ok ich habe dir ne ich habe dir stiefel gebracht ja wir müssen dann einfach schauen dass wir auch die zuschauer sind hier natürlich auch nichts genau wie ich wenn wir das so ich habe dir deine ich bin bei jemand anderem wirklich also bei unserem team ok haben sie klauen nichts ich dachte schon dort irgendwie geh mal weg aber die nimmt nichts aus ich dachte schon dort irgendwie eine blaue rüstung oder so hier hat es vielleicht ich brauche ich brauche alles dinge und also nur wir in unserem team können unseren chat lesen genau das darf es unser gegner team etwas schreibt sehen wir das nicht ja und walls kennen wir eigentlich auch die meistens vom hightechs leben und eigentlich normalerweise gibt es hier nur eine map zu spielen die walls 2 und die 1 ok was brauchst du noch an rüstung aber hier gibt es verschiedene Hose und Helm Hose und Helm ich weiß nicht Eisen ich habe gerade noch Eisen gefunden aber Mist ich habe keine Spitzhocke um mir das Eisen noch zu bauen 5 minuten noch ok ich habe Helm aber keine Hose du hast jetzt Hose und kein Helm ok und gib mir eine Spitzhocke hab ich ok muss ich mir machen ich verraten aber ich mache mir selber kurz eine ok nein 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 ich habe schon Sticks gemacht ich habe auch Sticks ja ja was jetzt dann machen wir halt so ok also musst du jetzt auch eine machen nein hast du Eisen ja gefunden ja ja vorher habe ich eben gefunden hast du das nimmst du das gerade mit oder nein wahrscheinlich da ich wollte es gerade ok ich gehe zum anderen da hinten habe ich gerade ja aber eben nimm ihn nicht weg weil wir müssen schon ein wenig es geht hier ums Teamspiel ah Eisen super jetzt wissen wir wo es das nächste Mal noch mehr Eisen gibt und es ist nicht wenig sehr gut ich habe noch 5 Eisen nein 6 4 minuten wir müssen 4 minuten noch wir müssen uns ein bisschen Gas geben ok das genügt jetzt an Eisen würde ich sagen ich brauche noch eine Hose gelbe und ein Schwert voll ich habe jetzt 7 Eisen noch ok ich mal schauen ob das reichen wird da gibt es überall kein Eisen mehr nicht ich glaube also ich habe jetzt ich glaube das reicht doch nicht mach mir einfach mal sicher ein Schwert ein Schwert ist das wichtigste ja mal für den Anfang ich glaube das reicht doch nicht ja ich bin am suchen ok wir haben hier sonst noch TNT oh hast du Flint 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 ich habe zwei Flint sollen wir falls wir ich weiß was falls es reicht falls es reicht sonst ich habe hier einfach ich habe keine Kohle ich habe sonst noch einen wie heißt es einen Redstone Block mit dem können wir auch Twint hier umzünden ich habe Glitzende Melone Melone ok ich mache für dich ein Schwert so wir brauchen dann also unser Plan ist wenn die bevor die Mauern runter gehen werden wir also wenn die Mauern runter gehen werden wir in die Mitte gehen und versuchen dort die Diamanten abzubauen damit wir uns beide Diamantschwerter genau es gibt glaube ich 5 Diamanten oder 4 da können wir uns beide Diamantenschwerter machen da lassen wir uns ich habe dir ein Schwert gemacht ich kann dir noch ich kann dir noch einen Helm machen ok hat sowieso nicht was hast du noch nicht an Rüstung Hose nein das genügt nicht ich kann nur mir einen Helm machen also ich habe 5 oder das genügt nicht reicht es dann noch zu meiner Spitzhacke ja aber wir brauchen keine ja aber für die Diamanten können wir mit Steiner können wir mit in der Mitte gibt es eine Diamantenspitzhacke ja aber die ist doch in der Chest ja eben aber hier auf dieser Map gibt es oben dran keinen Diamant also gut ich mache mir noch einen Helm einfach damit wir das dann hast du mir ein Schwert gemacht? ja wir müssen langsam hoch gehen und wir bekommen dann eh noch genügend Eisen von den anderen da das Schwert habe ich dir in den Geschoss ok die Werkbank müssen wir mitnehmen ganz wichtig ich habe dir einen Bogen gemacht und gegeben hat sie noch irgendwo Kohle? ja ich glaube nicht mach mir noch schnell Fackern wir gehen jetzt einfach nach oben jetzt müssen wir nach oben gehen ähm hast du hast du Essen? Essen ja ok ich gerade mich nach oben ah warte komm ich laufe jetzt hast du es ich habe sie ja hingeworfen äh geh weg ja mach ich habe sie hingeworfen ich habe schon Essen jetzt hast du jetzt habe ich neun hast du genügend? ja ich habe sechs ok wer hat die zugebaut? geh weg Vasco hast du hier zugebaut oder wie? ne oder vielleicht schon aber ich wüsste nicht so viel geh also du bist wirklich schon der Nervensaal ja mach mach wir haben nur noch eine Minute schnell jetzt müssen wir nach hinten schnell zu den Mauern einfach nur schnell zu den Mauern ok das ist nichts ok wir müssen uns bereit machen ok wir sind etwa ziemlich perfekt hier angekommen äh geh noch alle Tiere ok ich wirf mal das Community bezahlt was wir nicht brauchen ähm und geh nachher ins Schiff damit die Gegner uns nicht sehen hast du noch ein bisschen Eisen? ähm nein nein aber Achtung ich glaube das kann get done ja ok aber komm schnell da hinten sind zwei zwei rote ich glaube die wir haben ein Problem wenn die hier kommen Tschüss du musst mir helfen um diese zwei zu erledigen hast du feine? nein eben nicht wir müssen die zwei erledigen wo? da ja ich müsste dich finden ich sehe nicht Achtung es wird gleich beginnen es hat begonnen es hat begonnen es hat begonnen schnell geh hoch gib mir Rückendeckung ach die haben keine Sachen die haben keine Sachen wo? ich weiß nicht wo du bist ich bin in der Mitte ich bin in der Mitte das Wasser geht runter ich geh in die Mitte und hol mir die Geschäft ok ich hab das Zeug ich hab die Diamantenspitze ich baue die Diamanten ab ich bin also ich hab voll von grad in den falschen Rechten gelassen ok ich hol mir die Diamanten die machen ja dann gleich ein Schwert äh ja ich hab vier ich hab vier ok mach mir ein Schwert ich mach zwei ich mach Sticks wir gehen wieder auf unsere Seite hin zu müssen super start ähm treffen wir uns auf dem da ist jemand gestorben verdammt ich hab's nicht so gesagt wir sehen uns oben aber wo bist du hin? du bist so schnell komm mit dir die Mitte auf unsere Seite ich weiß doch nicht wenn ich unsere komm mit dir die Mitte komm mit dir die Mitte komm mit dir die Mitte ja gleich schnell schnell ähm wo bist du? auf unserer Seite irgendwo bei der bei unserem Haus bei unserem Haus bei unserem Haus ich mach uns zwei Schwerter ich weiss doch nicht mehr wo unser Haus ist ich hab zwei Schwerter okay komm wieder in die Mitte komm in die Mitte komm in die Mitte ja gleich ich nehm die Spitzenkant mit äh die wäre komisch und esse noch okay ich hab zwei Diamantenschwerter super wir haben zwar nicht volle Eis wo bist du wo bist du? auf welcher Seite? äh ich weiss nicht ich weiss nicht ich glaub ich bin gleich tot an Lava mach das Eis weg mach das Eis weg damit du in die Mitte kommst hast du ja regenerier dich mit ja komm in die Mitte ok ich bin auf dem Weg das ist schneller ich hab jetzt auch ne Eisenhose da hinten ist jemand äh komm in die Mitte ich bin in der Mitte da nimm das Schwert nimm das Schwert ok hat sie einen Charmtegel hm ich glaub nicht da war ja gerade jemand den holen wir uns komm wir müssen einen auf dem anderen hast du ne Spitzhack ja Diamantenspitz kann ich dich nicht kommst du hin ja ah ich hab XP-Budder sonst ne aber wir finden hier sowieso keine Incharted-Fold hm mal schauen wir müssen die irgendwie umbringen ähm sag mir wenn wir komm schon wenn wir das gewinnen das wär super für die Aufnahme gib mir Deck und dass keiner kommt dort hinten hat sich jemand eine Dings gebaut oben ja und bei uns ist bei uns ist jemand auf dem Berg Paris ist jemand auf dem Berg ok lass mir den lass mir ja komm wir gehen wir kurz ja ja der andere rote möchte ihn mit der andere runter werfen komm wir gehen dort in diese ja komm wir gehen hinterher weil da gibt es viele eines schon gestorben zwei sind gestorben ähm ah der war mit uns wir brauchen einen Charmte ja ähm da gibt es viele rote bis zu mir auf dem Versen ja ich glaube wir sind doch ich habe einen kessel bekommen ich dachte schon da kommt jemand aber so ein scharf ich habe einen wolf bekommen das keine pfeile oder ich mache schnell noch feuerzeuge oh ja genau genau pfeile habe ich leider keine bekommen soll ich den eimer nehmen ich hole mir den eimer schau dass jetzt niemand kommt hast du ein stack koppelsson aufgesammelt ja gehen wir den dann habe ich ja dein feuerzeug genau super wir sind sehr gut okay gehen wir weiter gehen wir mal gehen wir auf den berg für die besicht ja okay ich hoffe einfach niemand hat einen bogen und schießt uns unter gab es in der mitte keinen bogen okay in der mitte ist jemand kommen wir uns sehen da oben ist jemand auch nein in der mitte okay okay die haben eh noch nichts schau einfach nicht dass du fahrschaden bekommst das ist das blödste ich bin so viele mal hier schon am fahrschaden gestorben bist du schon in der mitte? ja er ist hier nach dort ich seh ihn ich seh ihn ist er weggerannt? da hat es noch eisen die haben das eisen übersehen das in der mitte steht ähm ich hab ihn gleich er hat auch die fein cake was? er weiß wenn man aha wo isst du? ich hab ihn schon wieder seine kacke aufgesucht okay team red is eliminated genau gehen wir in der mitte und ähm der hat der hat diamanten dabei was echt? einen diamant was kann ich mit einem diamanten? ah das bringt jetzt gerade nichts schade mit dem diamant? von wo habt ihr den diamanten? warte ich möchte mir noch einen labereimer holen ich hol mir einen labereimer oh ja hab ich eisen, hat der eisen dabei? kannst du wenn du genug eisen hast machst du mir auch einen bitte? einen eimer? ja ich hab jetzt labere hast du hast du genug für zwei eimer? ich hab gar kein eisen bei mir ach Mist wir müssen jetzt ein wenig zusammen bleiben weil wenn jetzt jemand kommt dann sind wir wer ist noch drin? noch drei? einer von uns im team ist noch drin der 1 kronen ja ich glaub die anderen sind unter der erde warte wie heißt der? 1 kronen 1 kronen ok schaut was nirgendwo kommt kronen come to the middle to the yeah egal egal warte Achtung hier unten sind zwei ok 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 wo? die Kalle und Mo Kainer TNT TNT wo ist er? wo sind sie da unten? wo? nein 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 komm wir ähm graben uns zu innen runter mit TNT ich hab elf und ich hab zwei ähm Redstone Blöcke also ich hab ja da den Megabogen wenn du Pfeile hast musst du hast du den Megabogen? hast du den Megabogen? ja komm setz das TNT hier das blöde ist das ah nein warte wir müssen äh grab ah warte kurz ähm kannst du mir ein ähm kannst du mir ein ein Dings geben? was für euch denn? nein nein ja stimmt wir haben ja vorher Dings da hast du ähm ja so viel ja mach das noch weg ahhh ah was man kann es auch blöd machen so heißt ähm stimmt wir haben ja ich wollte schon zünde Achtung ich zünde üppel geh weg die denken sicher gerade was ist da los ähm wir müssen gehen wir runter einfach nicht mit Falschaffen nicht mit Falschaffen nicht mit Falschaffen bekommen nice ok soll ich die Entierungen tun? ok ich setze ich setze ich habe äh wir müssen hier weg dann wie gehen wir hier weg also warte zünde es noch nicht zünde es noch nicht noch nicht zünde ja äh wir müssen uns noch weggraben können wir uns mal das so warte komm komm mit mir dann in diesen ah hast du da komm mit mir in diesen Gang dann komm mit mir du kannst schon zünden ich komm nicht runter wehe du fällst rein währenddem du es zündest komm komm schau jetzt die sind extrem weit im zünden sollen wir noch weiter runter gehen warte sind das die letzten zwei ja das sind die letzten nein es gibt noch einen Ardamsnakes holen wir uns den zuerst ok ok lassen wir die kommen dann oder sollen wir die wir alle die haben wahrscheinlich nichts nein nein wir holen uns zuerst den Ardamsnakes nein ich komm hier nicht hoch ok das ist eine superfolge ach du machst das so ja genau ok mal wir müssen den Ardamsnakes Adam was wie heißt der Adam'snakes warte ich schaue nur noch kurz kurz könnte ja da noch kurz da noch einen jemanden mehr zum dem Gericht warte aber bau nicht auf ich hab nicht speziell aber nein es gibt keine wir müssen jetzt einfach schauen wo jemand wo die Adam'snakes ist die chest ist wahrscheinlich auch nicht was äh eine ja eine Dings hat ja auch nicht wir könnten versuchen mit dem Lava hier ein Dings zu machen wie heißt es machen wir versuchen wir hier Obsidian ich glaub der ist der Top Achtung er hat ne Angel er hat ne Angel er hat ne Angel ja ich hab ja eh Achtung Achtung er hat hier nen Weg gebaut ähm warte ok ich würde kann er dich mit einer Angel wegziehen nein nicht was ist hier ja doch er kann ich schon nein ich meine wenn ich nicht reichen äh ach komm schon wenn wir komm wir können uns sicher eine Angel machen oder machen wir uns eine Angel wie geht die schon wieder Nein hier kann man ja gar keine Blöcke setzen wo ist der Gang den er gemacht hat aber wo ist der Gang den er gemacht hat der er gemacht hat dort oben um auf die Dings zu kommen ok warte komm wir machen wir machen jetzt eine Angel komm hier auf die hinterher Seite ach wir müssen vom Dings weg um überhaupt die Craft und dann spazieren zu können wo bist du überhaupt hin ja wir müssen wieder vom Berg und komm wir müssen in die Mitte ach ich bin ganz ehrlich falsch an komm halt also kein einzigen wo doch aber kein Papier doch aber kein Papier doch da hinten hat seine Kopf auch ok mal schauen ich glaub's ich glaub's ich guck mich hier mal an ich hab keine Stücke weil ist die Chestdor Dumpen ich geh mal die Chestdor Dumpen mal schauen so ich hab meine Augen ich hab eine Augen ich hab eine Augen du hast genau was ich mach die Augen nein nein aber bitte bleibt bei mir weil jetzt kann jemand kommen das könnte jetzt jemand kommen das könnte jetzt jemand kommen Spinnenlauge ja ich muss ich muss ah gut du bist du bist nicht tot wow das hat er jetzt mitgekriegt er ist eben noch oben ok komm jetzt wir müssen jetzt versuchen das hierzu wie das bist ok ich bin jetzt wieder hier ok wo bist du genau ich bin noch in der Mitte oh warte ah das bist du Kasteel ähm ich hab eine ich könnte ein Charm-Table auch ich auch ich hab ein Level 2 komm warte ich schiess mal an ach wir bräuchten nur einen Pfeil no one can get me äh wir sind die die hier mit den Diamanten und dem Eisen und allem rein warte vielleicht ist er der auf dem Labakuturm ist der nein das ist eben der Argon nein nein er ah nein echt jetzt der der ist das ist das er nein das kann nichts doch we are in your team alter wo ist der denn dann der Adams irgendetwas keine ahnung das ist wirklich eher scheisse mhm ach komm jeder teilt sich auf und er brennt einmal im ganzen rum weil sonst dauert es das ganze zu lange ich geh mal zu ihm ja für was geh es jetzt zu ihm komm wir müssen jetzt einfach den anderen da finden äh kannst du noch schauen ob überall Weizen rumliegen oder so nein wir sind nicht green wir sind blau nein aber unsere Namen sind green ja ja scheisse scheisse ich möchte noch mehr raus oh er ist genauso blöd wie wir ach ne ich ich ne äh komm wenn einmal rum ja wahrscheinlich schau von oben ja wahrscheinlich schau von oben so hat mir noch ein Boot gemacht das Sandstein wie ist jetzt das Sandstein weil sie hier ein Sandstein gemacht hat wo ist ach ich kann das gar nicht lesen hast du den Chat so stark runtergestockt ich mache ihn jetzt auch vorher ich habe ihn runtergestockt ja ich weiß nicht do you know where the others are if they blablablabla komm wir suchen jetzt die anderen zwei da sind die holen wir uns die dort unten ja die sind immer noch da komm wir müssen sie uns jetzt holen ok hast du noch TNT ich habe keine TNT ich habe noch fünf stück das liegt hier das ist jetzt reingesprungen oh da hat es noch viel Eisen und sonst graben wir uns einfach nach unten ähm ok komm setz hier nochmal TNT warte ich möchte hier keinen Fallschrank ich habe nur noch fünf Links ah das war jetzt super hier gibt es noch mega viel Eisen wo sind sie da ich glaube wir machen das so wir graben uns einfach mal zuerst bis zu ihnen und dann setzen wir das TNT oder mach das mit der diamanten Axt ok geht schneller pass einfach auf falls sie zu nah wenn sie nah sind dann musst du nicht noch mehr kommen ach wir bräuchten mich frei was sie noch ich habe gar keine Facken mehr hast du noch genug Facken? was ist dein Channel? oh Achtung kommt sie, kommt sie, kommt sie jetzt sind sie der Neichel hop, hop, hop wo sind sie? noch nicht aber schau was? die sind da unter dem Lava komm wir gehen über das Lava und ähm war es Stein? nein sie wir müssen wehe wir fahren wenn wir ins Lava fahren würden ähm wir springen das oh was ich glaube jemand ist bei ihm ok komm sprengen wir ihn hier unten ok ok das war aber nicht Achtung was vielleicht graben sie uns den Boden weg sie sind fast unter uns komm wir springen das jetzt warte 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 ähm shifte 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 warte ein Team zieht zuerst mal ich geh gerade weg ok nicht ins Lava oh ich glaube er ist gerade näher gekommen Achtung ich setze noch mal eins ich setze es hier unten ok Achtung da ist er da ist er weg weg ok doch komm jetzt er kommt drauf schnell ich sehe nichts es droht Achtung Lava Lava oh seine Sachen gehen kaputt egal wir haben genug ah so also er hat 45 Eisen wir hatten ihn gekillt ja wo ist der andere da war doch noch einer ist er gestorben keine Ahnung nein er lebt noch er lebt noch er lebt noch ich sehe ihn nicht es schifte komm wir springen noch mehr wir springen noch mehr wie viel DNT hast du noch noch 3 wir benutzen oh warte gehen wir zum Kone wieso er sagt help ok warte ich springe das ja auch noch kurz nein dort ist niemand ah verdammt da ist ja ich gehe zum ich gehe zum wow das habe ich noch doch er ist wahrscheinlich unter ok wahrscheinlich ist er dort weil er schreit help nein der Adams Shake haben wir vergessen weisst du eben weil hier ist der andere wahrscheinlich äh ich komme hier wieder hoch ah das war hier über die Piste oder die Pferde ja das ist eine lange Runde wow das ist eine lange Runde die Pferde kannst du mal deine Sounds bitte ausbrechen also meine deine Musik ja Musik ah ich finde es auch gut also je nach wie hast du deine Treppe gemacht weiss ich weiss ich weiss ich äh suche sonst einfach nach den Weizen von den anderen ne ich hab noch ich hab 35 ok ähm nein nein sag nichts sonst geht er weg sonst geht er weg sonst geht er weg sonst geht er weg there komm wir holen uns hin ähm geh du auf ok sie sind auf sie sind aufm berg auf dem berg ja er zeigt auf dem berg ja er zeigt auf dem berg seht du nur dich ja vielleicht auch auf der andere ich habe eine Pfeile aber keine Pfeile OLDER was oh wo bist du wo bist du wo bist du NEIN scheiss schnell schnell Scheller sonst hat man μαι Diamanten, er hat Diamanten gehabt. Warte, eine Diamantenspitze, die habe ich vorhin noch gesehen. Also ich stelle noch Gesicht auf den Wald. Uh, das war jetzt Nerven zu reissen. Hacke, habe ich die Hacke? Mal schauen, ob ich mich sehe, den Hoppenfeind nicht. Ich weiss das nicht genau. Oh, warte, er muss sich die Rüssel holen. Er muss leben, wenn ich... Schade, dass man nicht so rumkriegen kann. Er sagt, I can't. Okay, ich baue mich zu hoch. Was, was mache ich denn? Er sagt, er kann sich nicht zu... Er kommt nicht runter von diesem Ding. Okay, warte, mach den... Mach das länger. Ja. Ich habe gerade gedacht, da ist er nicht. I have not much. Ey, ich habe 38 Punkte. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Typ ohne... Äh... Ohne Rüstung und so. Aber ich kann da keine Glöcke mehr setzen. Halt, ich habe die ganze Smooth Lighting. So habe ich das alles gemerkt. Ich habe gar nicht gemerkt. Aber schau mal, hier bei mir die Wolke. Okay, tschau. Guck. Hast du gewusst, dass da eine Kiste ist? Ja. Echt? Aber warte, ein Diamantenschwert hat er nicht. Da hinten war noch eins. Riech. Oder dass jemand beschwert. Deckname so. Halt, 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 halt. Uah. Ähh. Ah... Oh, schiass. muss was wegwerfen. Also ich glaube, ich beende mal bei mir die Folge und wenn ihr noch das Ende anschauen wollt, dann könnt ihr bei was beschauen. Hey, Kone, Kone. Viel Spass und freut euch auf die nächsten Videos. Kone, komm mal, komm mal. Ja, die war nicht spannend. Nimm's dir. Kommentierst du noch bei mir? Okay. Okay, aber ich beende mal bei mir. Oder soll ich sie noch laufen lassen? Ich weiß nicht. Nein. Also. Ich kann's ja bei mir noch ein wenig schauen. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich langsam fertig, weil es fehlt nur noch der Motiker und der kann sich auch hier nicht einfach die ganze Zeit verstecken. Das, was er noch braucht, sonst hab ich ja einen Potion. Das war jetzt ein kurzer Schmummelt der Stille. Ja, ich hab glaube ich noch gedacht, also wir gehen jetzt noch mal hier hinten. Oh, scheiße. Sorry. Okay. Okay, warte, wo ist Okay, ich muss sicher unter der Wolf Ich muss ja kommentieren, halt wechselse. Ja. Okay, sicher. Ja, ich hab deine Diamantens gezogen. Willst du ein Keks? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, er shiftet hier die ganze Zeit. Warte, wie heißt er? Multicam. Okay, ich schau, ich hilf dir beim Zuschauen. Beim mir Zuschauen? Okay, irgendwie so heißt er. You have to what? Was? Komm, komm, Lars. Ich glaube, er wird, er wird mir nicht so eine große Hilfe sein. Fragen, ob er weißt, wo es einen Chantable hat. Verdammt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hin? Seine Mutter muss Staub sagen. Ja. Okay, er muss hier irgendwo sein. Das ist extrem komisch. Okay, lauf mal ein bisschen rum. Was hast du ihm gesagt? Er muss kämpfen. Ich zeige ihm das. Let's down. Ach, verdammt. Ich habe es schon gesehen. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier das Feuerzeug. Der war's. Ich glaube, ich spreche hier an Frau ist in Beducht. Aber sag ihm, dass das ein Kämpferspiel ist nicht ein Kämpferspiel. Er ist nicht... Wolltest du? Das möchte ich einfach... Nein, nein, aber ich möchte einfach nicht, dass der andere da irgendwie auszusehen... Oh, Fackeln. Okay, Okay, sag ihm, das ist feinster. I will blow up. Nein. Hilfe, weg. Aber unten muss es irgendwo sein. Trotzgache Licht. Ist keine Faschen dabei. Du hast die Faschen weggebrochen. Nein. Was soll ich wegwerfen? Das war's blöd. Die hast du Faschen. Ich hab's gesehen. Ah, wo ist der? Ich glaube, ich habe keinen Tintin mehr. Wie viel Tintin hast du noch? Neun. Ah, ich hab meine Backe dahin gesetzt. Da, irgendwo muss er sein. Ich glaube nicht, dass er da kommt. Ja, ist er wieder nach oben, oder wie? Ja, kann gut sein. Es gibt so viele Orte, dass ich möchte. Hör den Kompass! Genau, und das ist Grundgestein. Das wird mir jetzt ganz sicher zu... Zegtis Lava, nein, nein, bitte. Wer ist jetzt im Platz? Ja, jetzt habe ich zwei. Okay. Ja, das ist, der Kompass ist nicht eine große Hilfe, würde ich mal sagen. Na doch, du weißt nicht, wo. Ich möchte wieder an die Oberfläche. Aber wir lernen ihn mit Farbesinn. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen das Eisen ist. Aber das brauchst du ja dann. Spatum brauchst du auch nicht. Kursbleib auch nicht. Wurfens auch nicht. Ja, ja. Komm schon. Öfen brauchst du auch nicht. Mal schauen, ich gehe... Ah! So. Alter! Das war ihr. oder ich meine da sind wir hochgekommen was da war doch da war doch kurz oder doch da unten ist ich habe ganz kurz glaube ich einen namen gesehen ich bin mir nicht sicher schräg unten sein wegen dem kompass da schau der kompass zeigt direkt sind ich habe das gefühl sehr nahm Achtung TNT, geh weg mach zwei TNT nein nein ich musste den TNT spassen er ist nicht hier unten, ich bin mir sicher es geht genau in diese oh ich mach noch einmal jene stundenfolge von walls 1 ich bin da unten frage mal ob er an der Oberfläche ist komm schon frage mal okay ich glaub's frage mal ob er an der Oberfläche ist gleich äh wie hieß er, wie heißt er? ist doch egal er heisst Multicreme ähm wo ist jetzt, wo ist jetzt der, ich glaube hat es noch rumgelaufen oder? oder war das der mit? also ich geh wie heißt der andere? icron er ist neben mir er ist neben mir ach nein hä? da oben ist er, da oben ist er ja ich hab ihn gesehen es ist eben ich hab doch gesagt, er ist hier da oben ist er der oben ist er okay, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf Die Hoffnung liegt auf deiner Schulze, ich wusste es noch ohne Verkehr zu kommen. Ja, bau dich ab! Gott, verdammt, nein! Wollte ich mir nicht so besaufen. Schau dich um, schau dich um! Alter, mein Scheiß. Alter, schau dich um! Schau dich um! Wo? Da hinten ist der andere. Vor allem. Ich glaube nicht, dass er das war. Ich glaube nicht, dass er das war. Das war der andere, ich habe ja seinen Namen vorher gesehen, aber wo ist der jetzt? Gott, vielleicht hat er ausschließlich etwas gesehen. Nein, das ist er nicht. Er hat mir beide Lava einer vergeben. So einfach. War das jetzt knapp? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Okay. Komm. Hm. Hm, wo ist der? Es soll mir hinterher kommen. Komm. Komm, wir müssen ihn suchen. Wir gehen jetzt einfach überall durch. Irgendwo muss er sein. Ich weiß nicht, wie er jetzt macht. So, ich habe ihn vorher gesehen. Er muss weggerannt sein. So, ich habe ihn vorher gesehen. Er ist... Er muss weggerannt sein. Ja, ja, wir haben seinen Kollegen. Wir haben seinen Kollegen gekriegt. Und da... Kommst du? Als ich auf den Berg war, da kam er gerade für dich. Ich habe keine Chance. Das war ja der andere, der auch kam. Ach, jetzt haben wir doch... Ich habe was zu tun. Und das kann ich mir nichtmal. Sagen wir doch vor Ort gehen. Das ist nicht was. Ich dachte, das geht nicht auf jeden Moment irgendwo hervorschwinden. Ich sag ihm aus. Nein. Ah, das war so eine Streczation. Vorher hast du gesagt, ich dachte mir, Gott sei Dank, wollte ich hier alle bekommen, zurückfluehen, weil ich mir als Gameplay schaue. Und er sagt so, oh, ich habe was mit dem Spiel zu tun. Ja, ja, ja. Aber... So kann man eine Kiste sein. Ich glaube, sie haben vieles zu tun. Hey, du bist. Du kannst jetzt wieder gehen. Und spielen wir nach einem Runde Prick, oder? Wo ist der Typ, echt jetzt? Da hinten, da hinten, da hinten! Okay, okay. Schau rein, nicht! Geh! Geh hin, nicht her! Hier, hier, hier! Scheiß drauf! Da, da ist der. Wie komme ich, wie komme ich. Über das Eis, über das Eis. Oh, er hat Eis mal so gut groß. Doch, hat das Hausgeld auch gesehen. Ach, du Scheiße. Nein, er gedacht. Oder, oder? Alter, was machst du? Das ist so ein Bug. Nein, das ist kein Bug, aber das hasse ich, weil die Leertaste bleibt dann wie steckt. Wo gehst du hin? Weil, ich komme von der anderen Seite. Ah! Ich muss mal sehen. Alter, scheiß drauf! Du überlebst das! So lange doch... Alter, du failst. Das ist ein Bug. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da muss hier die Körle nachkommen. Ich muss sagen, dass wir verloren sind. Nein, da sind sie, da sind sie. Hä? Sie sind gerade diese Reiz? Sie kämpfen! Ah, ich komme! Alter! Ah, ich komme! Sorry, aber da kommst du mir nicht davon. Nein! Ah! Scheiß Bug. Ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Ich kriege ihn einfach. Wo drin? Ich habe keine Beine. Da, über das Eis, über das Eis. Irgendwem muss er abbiegen. Ah! Jetzt hat es mich zurückgepolt. Hast du das gesehen? Ja. Alter, was? Go! Nein! Der Vollidiot soll mal stehen bleiben! Ja! Endlich! Okay, dann abschieben wir uns heute für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, diese Runde hat euch gefallen. Eine Überfolge. Also ich versuche echt, dass die nächsten Folgen mit einer weiteren Map, also nicht mehr die gleiche Map, nicht so lange dauern wird. Weil es dauert ja höchstens 20 Minuten. Eigentlich, wenn nicht alle sich unter der Erde beschrecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Gott. Nein! Alright! Vielen Dank.